Oh mein, ein gescheiter Wacken hier, ne? Ich hab jetzt ne... Ach, ist zur Hölle, also wehe, wehe das Witt hier zum, ne? Weiß wehe, es wird peinlich. Boah, Alter, ja, jetzt kommt wieder die Steuerung so ans Licht, ne? Wow, das geht schon. Wow. Oh, shit. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde der Typ wissen, was er tut. Wow, der weiß gar nichts, was ist denn? Alter, der ist doch so ein Hacker, man, der hat mir grad wieder nen fetten Headshot gegeben. Hab ich eh ihn ab. Okay, cool. Ich hab ja auch nur mit Hilfe von der Shotgun hier. Ich spiele auch gerade hier in Third Person und hab den Vorteil gehabt. Wo ist denn der wieder? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Bullenheil, Testosteron, ne? Das... Oh, ich kann nichts erkennen. Acht Granaten hab ich aufgenommen im Sack, oder? Wo ist denn der Kerl, bitte? Hilt heils irgendwo. Wahrscheinlich spielt der auf Zeit. Mit seinen drei Kills. Muss der wirklich drin sein? Wie komm ich denn zu den Ranglisten, den... Oh, Mann, Steuerkreuz nach unten, so ein Lauch. Oh, wie heils ich nicht. Alter, ich spiele 96 und weiß nicht, wie er sich die Liste anzeigen will. Ich vergess dich auch, lass mich. Er hat sich hier... Da ist er, wo er vorhin war. Ah, das hab ich noch gefunden. Ich seh ihn nicht. Pass auf, ich werfe da Nades hin. Irgendwas tut mir so komisch. Pass auf, die Nades. Uh. Fuck. Bin ich echt da raus? Bitte lasst dich, warte mal, wie hat der der Warnung? Jetzt lasst dich bitte nicht mehr umbringen, wir verlieren das hier. Gegen eins, zwei gegen eins, seriously. Gegen den Level Elfer. In freiem Zielen. Ja. Wer ist wieder da? Ja, ich seh's. Kann sein, dass der immer da ist. Ja, der wirft Nades, pass auf. Ich sehe seinen Arm. Nice. Ha! Ich hab ihn gesenkt. Nice. Aber mitten auf dem Feld ist er jetzt. Ich glaube, das bin eben scheiße. Ich hab doch auch Granaten, oder? Ja. Oh Gott, wo war die denn? Wo war die denn? Wo hörst du hin? Oh Gott! Wow, der Trailer! Ach, die Scheiße, warte. Wo ist der der? Hinter den Vans? Ja. Ich glaube, die Kanan zertrifft ganz gut. Ja. Jetzt hab ich meine letzte natürlich verworfen. Gibt mir Deckung. Ich hol mir neue Nades. So. Gut, ich geh wieder nach oben. Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder. Das ist wieder zum... Nein! Ah! Fuck you! Vielleicht zur Hilfe. Ach komm, weißt du was? Das ist dieser dumme Deckungssitz da hinten. Ab hier. Wie da hinten bei seinem Container gespawnt. Da ist er. Nein! Nein! Der bewegt sich aber auch nicht. Ich will auch mal irgendwas tun. Du willst ja was auf der Straße. Weißt du, jeder liebt immer diese Servers. Scheiße! Fuck! Aber ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Weil ich find die so scheiße. Ich hätte lieber... Wer ist auf dem Dach? Äh, ich mag's. Lieber gerne eine gescheite Spielersuche. Gescheite! Ganz ehrlich, ich find das funktioniert so viel besser als Spielersuche. Oh, dass mein Aim ist so erwärmlich, dass es ganz aus ist. Ich werd verdient. Ich werd verdient. Ich werd verdient lassen. Wir haben ihn sehr schön. So, der ist da hinten bei den Vans. Hm, ich seh ihn. Aber weiß ich mich nicht, coolerweise. Oder doch, scheiße. Ja, ich seh ihn auch. Ja. Slipen in GTA, wenn du eine gute Pose hast, ist das aber auch schon echt overpowered. Na. Oh, man behält die Waffen, nachdem man gestorben ist. Vielleicht kann man das aber... Was? Nein. Doch, ich hab grad wieder ein Snipe und Shotgun und alles. Da hab ich nen Bug. Na, komm. Ich muss mal hoffen, mit der Shotgun da irgendwie versuchen, irgendwas zu reißen. Meine Umblickgeschwindigkeit ist viel zu empfindlich gesetzt. Ja, das hatte ich nämlich auch. Aber es ist halt so viel praktischer, wenn du irgendwie rumgehst und nicht kurz umschauen willst. Und da ich das öfters mach, in GTA ist das... Ach du Scheiße, da unten stand da. Oh, man. Mit nur 1 Punkt vorne, ne? 2. 2. 2. Ehh, der macht jetzt noch 2 Kills. Da, dahinter. So, nice. Und da auch noch mal ein paar Kills gemacht. Erledige 2 Gegner in 1,5 von 10 Sekunden. Ha 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 ha. You don't say. Jetzt würde ich mich schämen mit dir oder so. Ha 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 ha. Ja, ich bin, ich bin auch da. Das ist auch das Schlauste überhaupt, dass man nach so einer Mission immer in diesen ultimativ dummen Scheiß-Auswahl-Screen kommt. Und vor allem, dass dir immer verschiedene Modi vorgeschlagen werden. Dieser Multiplayer ist zum Teil so undurchdacht, dass es ganz aus ist. Na warte, nicht mal zum Teil. Er ist komplett undurchdacht. Ja sowas tut doch weg, sowas muss doch auffallen. Aus nem Auto kannst du ja gar nicht mit so ner MP schießen. Sogar diese Illustrierten da, die Illustrationen, die sie da gemalt haben, die stimmen ja gar nicht mit dem Spiel überein. Ist halt durchdacht und shit. Ich würde gerne mal spawnen. Damit wäre ich schon sehr zufrieden. Ah cool, ich wurde erhört. Spawn sogar in meinem Auto, nice. Da ist er. Der andere Kerl. Welcher andere? Der Tarek wo die Alpaka. Er läuft davon. Da ist er stehen geblieben. Der Kerl ist hier stehen geblieben. Interessant. Was genau? Der Kerl Fluss in Los Santos. Taktisch. Oh oh, der will uns abknallen. Was jetzt? Oh my god. Ne, will er nicht. Doch, will er. Vielleicht da liegen kann, dass du ihn abgeklärt hast. Nee, er hat auf uns gezielt, ganz sicher. Aber was ist das Zweck? Es ist ja kein Stress wert. Es sind doch die NPCs nicht auf uns zugefahren, die in mein Auto gefahren sind, diese scheiß Spasten. Oh Gott, sag doch mal, wie du aufliegst. Oh, Robo-Geräusche verlor. Oh Gott, über diese NPCs. So stehen die dauernd so dumm rum immer am Weg. Der da leint schon was zählt, okay. Alter, der Typ hat Beine auf Stahl. Fuck. Wow, was? Jo, ich bin da. Cool. Du mieser Spaktad. Was fährst du denn da rum? Ich? Ich hab dich doch gar nicht... Du warst auf der anderen Seite der Maurer. Du bist plötzlich umgefahren. Doch! Nein! Bei mir warst du auf der anderen Seite. Jetzt bist du auf meiner Seite. Jetzt hab ich dich umgefahren. Ey! Spaß! Ich schieße dir ganz recht. Was ist das denn hier überhaupt für einen Parkplatz von so einem Walmart? Warum hast du mich plötzlich alle? Au! Pfff! Vielleicht ein Randalierer mit Schrotflinte bist? Aua! Nun fahren die Cops noch für mich drüber. Danke sehr! Bitte! Pff! 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 Der Helfer in der Not, der freundliche Polizist von dem Mann. Die haben die gerade umgebracht, Mann. Diesen Ghetto-Kerl haben die umgefahren. So wie ich dich gerade. Aua! Was ist denn mit denen los? Steigt doch ein, Spaß! Geh. So, bei mir ernt da mal ne Tür. Wollte sie weg, ihr Essener? Wollte ich gar nicht. Was hörst du gerade vom Sieg machen? Ist ja mir voll abgefeilt. Kannst du das hören? So! Na ja klar kannst du das hören. Keine Ahnung, was ist denn da gerade so? Was ist denn da für... Kylo! Frank! Frank! Ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen ob ich... ...hingehe. Eher nicht. Ist da gerade... eine Atmen vor mich? Was? Nein, ich fühle gerade Zeug aus. Jetzt höre ich im Himmel. Was ist denn hier los? Ah, hier ist ein Pool! Ich darf hier bloß nicht reinfallen. Bin ich da? Hallo? Boah! Oh shi jetzt! Boah! Oh, was? Ist passiert was bei der Tür, aber... Boah! Boah! Ich hab das geklappt, glaube ich. Du hast das hier in so einer Vermutung. Habt nur drei. Nur drei? Das ist mir jetzt die Hälfte. Früher war's die Hälfte. Aber ich werde jetzt pennen gehen. Du hast du? Ah, ich glaub schon. Für dich? Doch, ja, wir haben 41. Ich weiß nicht. Halb... ...drei. Halb drei bereits oder was? Ja. Alter und was. Fuck! Ich weiß nicht was hier gerade vor sich geht. Versteht euch, wenn ich jetzt... ...krieg er nicht. So dumm! Alter, Mann! Ihr weißt doch, ich lande mit meinem Auto. Ich steh aufm Kopf, ich steig aus, die Tür fällt ab. Was ist das? Die Tür ist einfach abgefallen. Warum kann ich Lamar nicht schlagen? Hier, Lamar! Will Lamar nicht mit mir abhängen? Lamar geht einfach weg. Was ist los, Lamar? Was geht, Bro? Hey, Bro! Hey, Lamar!